Willkommen zurück zu einer Folge von DER GARZMANN. Uh, wenn der Garsman zweimal verbrennt. Kaboom. Insta-Heat. Woher kennen wir die Dinger? Das war ja so offensichtlich. Hmm. Hmm. Okay, das dauert einen Ticken zu lange und irgendwie... ...hätte ich schon eine Explosion oder irgend so was gedacht. Passiert. Aber na gut, daneben nicht. Also haben wir dieses Outfit, das ist nämlich ziemlich blöd. Hmm. Ähm. 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 Ja, super. Ähm. 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 Oh, na gut. Sehr schön. Oh, Mann. Außenseiter in dem Fall, ja. Aber ich will trotzdem den Kreuzretter, weil er cool ist. So. So. Und dann. Fuck, ey, wo ist immer denn jetzt wieder gelandet? Ich gehe mal davon aus, dass das das andere ist. Und hoffentlich finden wir nochmal Carruthers, weil er ist einer der coolsten. So. Einmal rechts, einmal links. Und hier der Excel. Zum ersten Mal mit einem schönen, guten... Ah, Hinterausgang. Klasse. Na, endlich mal ein Anschluss, also. Na dann. Stevens Hausbrand. Krass, na. Zum ersten Mal neuer Partner. Und wir machen die ganze Kacke wieder mal alleine. Wundervoll. Mhmm. Hmhm. 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 Ah, klingt gut. Ja, die einsamen Wölfe. Wären natürlich die ganzen Brände, Löw. Okay. Okay. Oh, mein Gott. Hm. Oder auch. Was haben denn die alle? Das ist ein Schicksal. Schauen wir uns mal um. Nichts, nichts. Haufen, nichts. Da! Insta-Heat. Schon wieder. Los Angeles. Wartungsübersicht, Datum gewartet von. Unterschrift ist klar. Matthew Ryan. Dreimal, okay. Aber nochmal Glück ab. So, kommt halt irgendwie hoch. Ich glaube fast nicht. Aber hier ist doch noch irgendwas. Okay, hier kann man nichts machen. In dem Baum ist auch nichts. Hier hinten... Ja, ein Wasserschlauch. Genau. Wenn man natürlich mit so einem riesen Fahrzeug hier ankommt, natürlich geht die ganze Kacke. Das ist so. Gehen Süden. Aber schauen wir uns das Ganze mal hier an. Also, immer schön. Und selber so durch. Ist ja überhaupt nichts. Himmel, Arsch. Das hier lösen. Eine Bratpfanne. Ach ja, wir wissen es. So, na dann. Ein Schuh. Toll. Hm. Ich glaube, das ist kein Verwendung zu uns. Also. Außer dem Schuh. Haben wir denn noch irgendwas gefunden? Hier brennt noch ein bisschen was. Nee. Ist zu dampf. Hier haben wir wieder die subtilierte Bratpfanne. Hier ist nichts. Nichts. Ach nee. Hier sind wir ja schon. Durchsucht. Ah, ja. Sieht doch nach was Interessantem aus. Color and. Color Mixing. Wtf. Das habe ich doch schon mal irgendwo gesehen. sehr optimistisch. Was haben wir denn hier? Ja, das könnte die Ursache des Brandes sein. Aber ich gehe mal nicht davon aus, dass ich vielleicht die ganze Fude abpacke. Hm. Hm. Ja, wir haben es auch weggekriegt. Also. Hier ist schon mal nichts. Komm schon. Ah, hier ist wieder diese blöde Schuhe. Gibt es denn hier sonst noch irgendwelche Sachen, die man hier... Was dampft hier eigentlich die ganze Zeit? Hm. Okay. Okay. Ah ja, der Schuh. Langsam machen wir es da. Okay. Hier kommt wieder die Bratpfanne. Hm. Okay. Also. Da, wo der Brand am längsten gewidelt hat, wird es wahrscheinlich am zerstörtesten aussehen. Soll heißen... Hier. Und dann. Könnte auch eine ganze... Wenn es einfach nur ein Brand wäre, ohne Explosion. Wieso liegt dann das Ding hier? Hm. Ja, ja, ja. Da, dunkel, warte, da eine Unterschrift, bla bla bla. So. Und es ist in die Richtung ausgeschwenkt. Könnte vielleicht eher am Wind gelegen haben, aber... Was ist mit Zufall? Ja. Sehr schön. Garnivars Reisebüro Reiseziel Katalina Island. Okay. Abreise 18 Freitags. Ah, okay. Sollte klappen. Es ist eine Formalität, aber wir müssen mit dem Agenten sprechen. Sehr schön. Und zwar... Was war mit dieser Reise? Ja. Oh, sehr schön. Okay, und weiter? Hm. hmm lady just rung up and told us we won first time I ever won anything haha amster did they offer to buy you out they're building new houses mm-hmm they showed their money and most of the neighborhood just packed up and walked away oh but I never bargained with you ok GI houses yeah something like that that's all we need for the moment Mr. Stefan I feel like I should have to wait for the second to wait once with him you've seen the papers I guess he's thinking about his own family I'd say he's searching for some kind of atonement right now yeah cool tol 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 where is the woman now hmm I'm going to go somewhere ok good with the woman can we also not talk then let's go 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 building a telephone it's just a lady I have to go 1247 how can I help detective I need information on the suburban redevelopment fund gas detective just checking sick the fund is a semi government agency is established to speed up the building of GI homes it has private investors as well as a government endowment huh we have an address for them there is one listed here corner of Beverly and Mariposa thanks ma'am ok then gehen wir mal dahin done building a different California Elysian wir sind zum ersten Mal das Ding ein riesengroß das wird sowas von uns noch an die Hüße laufen so schauen wir mal kurz an die Orten vorbei und zwar Säuerhausbrand wir haben ja zwei von denen wenn das jetzt auch wieder so ausschaut und auch wieder dieses Insta-Heap Ding da ausgefragt ist dann ist das eindeutig schöne Stifte hm Zwei pro Nacht wow das ist aber mal heftig ah Caraphas super das ist der einzig verlässlichste Mensch hier gibt's gar nicht we've got this case hey Biggs hm we you have a partner? what gives? this is Cole Phelps you may have read about it? oh now I get it hm hello Phelps welcome to the netherworld of ours family of four who had their vets Peter explode another one look that way insta-heap up hm before you get excited we get a couple of water heaters a month go back aber so take a look around the yard see what you can find come schon die haben geschlafen und sowas ne wenn das Ding rums dann schläft niemand come on you're gonna stick it out call we're gonna try mal what have you got hehehehe 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 mother father and two kids oh dead from the looks of it oh I'd say carbon monoxide poisoning the burns are superficial time of death I'd say about midnight ok anything more exact will take some time to determine lynch tells me this has something to do with the fault of water heater could be there's been a spate of problems with a particular brand I've got another angle in mind you care to elucidate detective? this is a murder and not an accident sharing information has helped us solve quite a few cases together I need something concrete Mal before the department gets wind of it I'm an arson for a reason I feel sorry for your wife and kids Phelps not for you you're a good case man one of the best I've ever met I'll help in any way I can thanks man I'd say that's firm but fair I'd say that's firm but fair hard but fair also ah sieht man den hier oberflächliche Verbrennungen I'd say that's firm but fair wow fuck ah da kann's kaum erwarten da rein zu gehen wir schauen jetzt nochmal diese Insta hin und schon wieder eine Seite ist total eingebrochen hier haben wir das Auto sieht mehr oder weniger intakt aus wo ist dieses Insta hin Teil okay das ist schon mal nicht da hinten können wir gleich nochmal hingehen und und ach ich höre irgendwelche Vögel Zwitschalen wobei das eher nach Rabe aussieht oh Gott die kann man auch nicht zu machen das ist wirklich das ist wie aufgeplatzt so puff wie so eine Blüte die aufgeht und wo sind das Insta hier auf den 70 hey Ben ist das signifikant? hm Regulatoren good plan detectives this is the next door neighbor Detective Phelps can you help? they were supposed to be going away mhm they won a trip somewhere but little Henry got sick so they had to cancel what are the chances? do you know who ran the compass? ah toll up on Santa Monica Boulevard thanks you've been a big help hat in einer Weiße gewonnen genau sehr schön dann hauen wir den mal kaputt hier wow was war das jetzt bitte ok komm schon komm schon komm schon komm schon komm schon oh nein nicht hier hoch jetzt oh blödsinn komm 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 nicht schon wieder yes we need to ask some questions ach shit man kann sich denn bitte so schnell langsam wirds zu ner Gewohnheit also bitte komm schon so drei zwei drei vier und knockout code one äh keine Ahnung fremder nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Du bist nicht der Mann, nicht du, Herbert? Ich behalte mich selbst zu mir selbst. Sag mir aber nichts. Du hast die Spielbox, die dir 5 oder 6 Minuten delayt. Du willst mehr Zeit, dann benutzt du ein Moskito-Cord. Nichts, Herbert? Du magst dieses Feuer, Herbert? Nein, nein. Ich habe es gehört über das Feuerradio. Das klingt süß. Wenn du folgst und folgst, komm und sieh mich an der Feuerradio. Ich habe eine Frage über das. Du hast es nicht mehr. Geh diesen Mann in. Du möchtest ihn später fragen. Du hast es, Detective. Warum hast du so hart gehabt für dieses Fall? Bei seinem Tod ist es fast nicht möglich, das zu prüfen. Das Feuer hat nicht viel Beispiele. Es gibt keine Prozent. Ich denke, es ist mehr als ein Fall. Der Hausbeirat. Er hat Hohle, Akziden, Heaterfighter, Gas-Explosionen. Es muss sein, dass wir es nicht mehr tun haben. Hm-hm. 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 Nicht ganz. Hm-hm-hm. Jetzt die Frage. Fahren wir weiter, oder? Gut. Ich muss mir noch dieses blöde Haus da angucken. War ich nämlich noch nicht drin bis jetzt. So, da komm schon. Langsam nervt. Wieso ist denn immer dieses Color in Mind drin? Das hat doch keinen Sinn. Schauen wir den hier. Lüfter, okay. So, dann. Wo ist denn dieses Insta-Heat-Teil? Muss doch hier irgendwo sein. Hier ist die Küche. Das heißt, hier irgendwo in der Nähe muss das Teil doch rummeiern. Eine Uhr. Stehen geblieben im WUZ. Ist doch immer toll. Oh. Rückseite. Nope. Okay. Aber das ist gut. Dass wir die Uhr nachgefunden haben. Da wissen wir doch genau, wann der Brand gewesen ist. So, egal. So. Aber wo ist dieses Insta-Heat-Teil, was es weggefragt hat? Das müsste doch irgendwo rumliegen. Das kann doch echt nicht sein. Nein, komm schon durch. Das ist Insta-Heat-Ding. Er hat dieses Teil auch kaputt gemacht. Na gut. Aber wo ist dieses Insta-Heat-Ding? Na gut, gehen wir mal die ganzen anderen Autos nach durch. Also, egal über das Reisebüro. Also, egal über das Reisebüro. Aber da hätte man wahrscheinlich noch irgendeine Wohnung oder sowas vorher gemietet und Sachen rausgeschafft. Das wäre dann auch darüber nachweisbar gewesen. Hm. Best deals. Was ist mit diesem Reisebüro? Travel Agency. Es gibt doch bestimmt einen Grund dafür. Okay. Detektivs, Phelps und Biggs, LAPD. John Cunningham. Can I help you, gentlemen? We have reason to believe that the Sawyer family of 4414 Rosewood Avenue recently won a competition run by your company. Yes. Remember them? They called them to cancel the last minute. One of the kids was sick. Oh. Very important. Mind if I take a look at that? So. Okay. Ah, das ist ein paar Steinen. Hier sind die Dinger. Ja, ja, ja. Moment mal. So kann ich nicht dieses Ding sammeln. Ah, Stevens. Family of Five. Flying Boat. Of Five. Tickets collected. Hm, hm. Unholds collected. Canceled. Okay. Okay. Also hier haben wir die Sawyer family. So, ja, was. Rosewood Avenue. Und Stevens. Here they are. Stephens. Hm. Und Suburban Wohnbau. Was ist das? Hm, hm. Hm, hm. Hm, hm. So, they are not a government agency? I don't believe so. Government organizations don't usually get involved in promotions. Hm, hm. Okay, und Reise und Preisausschrift. Was damit? Yes, they were. You do a lot of these Prizes. Look, there are hundreds of these promotions running at any one time. Hm, hm. If you're the lucky guy, get your name pulled out of a hat. Okay, und was genau? While the Sawyer family were supposed to be a Catalina island, their house burnt down. You consider them lucky? Christ. I'm sorry to hear that. Sorry. Oh. Did you tell me who offered the prize won by the Sawyer family? Sure. Look, there was supposed to be some sort of supervised draw with hundreds of tickets. But the reality is the Suburban Redevelopment Fund calls me every couple of weeks and tells me exactly who was won. Uh. Thanks for help. No problem. Wish I could do something for that family. You could put round the hat. A few bucks would really help them. I suppose so. Good. I'll put you down for 50. I could tell you we're Samaritan the minute I walked in the door. Are you a good man, Cunningham? You're all right. Yeah, I'm a poorer, but great. Oh. Oh, boy. Oh, boy. Oh, and this gets us up open windows at all. Yeah, I don't know. Aber echt ein Zufall, dass wir einen ganz super... Genau. Aber ein... Hm, hm, hm. Aber irgendwie, das Ende ist fast schon viel schöner, weil da hat man nicht so sehr viel zu suchen und, naja, die halten sich auch ein bisschen hinten raus. Der hat schon sehr viel gesehen. Okay. Das ist der Fall. Das ist der Fall, der Registert Office des Suburban Redevelopment Fund. Das ist eine Elysian-Hausing-Development, Mac. Also, Elysian ist ein Investor in der Redevelopment Fund. Ah So, na dann, wir schauen uns erstmal hier um. Elysian, hier haben wir's doch. Elysian Fields Daily reports and requisitions must be addressed. Suburban redevelopment and submitted in Triplicate failure to submit daily is Grounds for dismissal, incorrectly filed Supply requests will be ignored. Ok Frank Osterman Hmm Interessant Die beiden gehören also zusammen. Jetzt war fast gedacht, die gehören von Anfang an schon zusammen. Aber na gut, dann halt nicht. So. Kann man hier denn nochmal mit irgendjemandem reden? Nö. Was sind das hier? Ein Auto, was man vielleicht irgendwo hätte gesehen. Das ist eine Baustelle. Na, sieht man denn hier irgendwo dieses Insta-Heat-Ding? Nö. Ok. Natürlich alles noch im Grünschen. Ohrlitz machen Grünschen. So, wo gehen wir denn jetzt mal als nächstes hin? Die Feuerwache 32. Super. Lauf. Ops. Lauf. Etwas Snarler. Snarler. Und das haben wir rüberrücken hier. Und das ist noch eins dieser alten Autos, wo man das machen konnte. Das ist echt faszinierend. Hm. Ach wirklich. Hm. Klingt doch gut. Klingt äußerst, äußerst gut. Hm. We came as soon as we could. As soon as we could. Ja, klar. Nun wieso und gucken wir denn? Also, das wird er wohl sein? Biggs? You two investigating the house fire on Kenmore Avenue as well? Mhm. Why? I looked around the place while I was out there. Do you believe the fire? Ideal in facts, Phelps. Evidence of an explosion. No obvious sign of accelerants. Wirering looks intact. Come and take a look at this. So, und was ist das jetzt genau? Is this the heater from the Sawyer fire out? Genau. Yes it is. Reginald Barley. Okay. Dann, Wartungsübersicht, Datum, bla 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 bla. Huh. Looks like it was recently serviced. Sehr, sehr schön. I have a theory. And it's a theory only. I don't have enough evidence to prove. Well, if you say it so, I'm listening. Okay, Phelps. You're a bright penny. You have a gas supply. Mhm. Mhm. You have a Bunsen burner as a pilot lot. You have a regulator valve. Okay. And the balloon represents the gas expanding in the room. Now, the gas has to make contact with the mosquito coil to form an explosion. Mhm. Let's see if you can work opportunities. Fuck. Uh. Where is it? So, na dann. Kommen wir das mal dahin. Das soll natürlich dahin. Was? Okay. Na dann. Das kommt auch dahin. Und das nächste. Was ist das denn? Was ist das denn? Huh. Okay. Was ist das denn wieder so für so ein Unigame? Hm. 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 Sehr schön. Das war ja richtig, richtig gut. So, das war nämlich mal richtig interessant. Wir haben wieder was gelernt. Wir haben wieder was gelernt. Wir haben wieder was gelernt vom Bird. Insta-Fabrik. Wir haben bestimmt irgendwas eingebaut, was man, ja, noch gegeneinander machen muss. Komm schon. Also, irgendeine Sicherung oder sowas haben wir wieder eingebaut, die dann ein bisschen gegenarbeitet. Interessant. Der will ja Feuer säen. Der will ja keine Explosion säen. Wieso deine... Die mag wahrscheinlich einfach nur das Brennen an sich. Eine Explosion ist viel zu schnell. Da hatten wir doch keinen Spaß dabei. So, na komm schon. LAPD-Detektivs, Ma'am. Wir müssen mit jemandem in der Hand sprechen. Ich sehe. Na toll. Und dann. Sagen wir mal nach. Insta-Heat. 20 gallons. So, was ist das Interessante an diesem Insta-Heat-Teil? In seinem Office. Wo ist denn sein Office? Gehen wir nicht davon aus, dass das hier sein Office ist. Gehen wir auch nicht aus, dass das hier sein Office ist. Und wir gehen davon aus, dass wir gerade blockiert werden. Na dann. Was wird denn wohl hier sein? Der Manegeer. Was haben wir denn mit dem Manegeer? Du, du, du. Hier ist der Manege. Detektiv Phelps und Biggs, Arsene. Wir haben ein paar Hausbegriffe. Was kannst du uns über das erzählen? Pressure Regulator von Model 70 hier. Lass uns mal einsehen. Wir haben ein Problem. Das wurde mit dem Wettbewerb. Was? Sehr schön. Wo ist das? Du siehst diesen Diaphragm? Es bildet eine Karte über die Sattel hier. Gas fliegt von hier nach hier. Die Diaphragm reguliert Flos. Soll heißen. Okay, dann erzähl mal weiter. Hm. Okay, das ist schon mal ziemlich mies. Okay. Okay, irgendwas ist hier für Kat. Kann man denn hier nichts richtig haben? Ja, Mensch. Na dann. Ja, ja, ja. Wieso kann ich hier nicht mein dummes Buch mit dem nebenbei aufmachen? Ach, wir kriegen das schon. Ich will es bei R&I. Cross-Referenz für Arsonisten. Mal sehen, ob es einen von diesen Leute gibt es noch. Sir, ich brauche deinen Telefon. Sehr schick. Aber da ist bestimmt niemand dabei. Wo ist dieses blöde Phone? Banana Phone, hier ist das Dach. Tup-tupi-dupi-dupi-dum. Ping-pong, 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 verping. Banana Phone. Oh, ein Badge, die wurde es ihm doch gerade abgenommen. Ich muss wissen, ob any of the following names have a previous criminal history. Okay, Detective, run the names. Acevedo Ernesto, Clemens Walter, Elgram John, Gable Leroy, Kellegru Peter, Kuttner Robert, Limehouse Albert. Hier kommt es schon. Manning Franklin, Neves Raymond, O'Brien Thomas, Ryan Matthew, Spurgeon William, Barley Reginald, Zurich Stephen. Clemens Walter, previous conviction for arson and malicious damage. Burned out a house in Westwood in 1942. 4-year jail term. Thanks. Ryan Matthew, charge for contempt of court. Attempted murder. Pleas bargain down to assault charge. Anyone else? Sonst niemand bitte, nicht nach jemandem. There is original Barley wanted for murder by Detroit Police Department. This is their administrative, anille police station happening. Although there is actual tiefo hier, it's not using Normal enfermedad but for murder convention, Lieutenantальный Car革, we can